Die russische Armee hat nach ukrainischen Angaben Wohnhäuser in der Nähe des zweitgrößten Atomkraftwerks des Landes beschossen. Bei dem Raketenangriff in der südukrainischen Stadt Woznesensk sollen zwölf Menschen verletzt worden sein. Der Betreiber des Kraftwerks im rund 20 Kilometer entfernten Pivdenukrajinsk sprach von einem Akt des Nuklear-Terrorismus. Auch aus anderen Landesteilen wurden russische Angriffe gemeldet. In der Region Donetsk kamen laut Ukraine sieben Zivilisten ums Leben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017